Hallo zusammen, heute würde ich präsentieren, wie kommt raus die Türverkleinung. Können Sie sich hier anschauen, gibt eine Schraube, eine und nochmal hier zwei. Das war alles, nur drei Schrauben und geht raus. So, haben wir die zwei Schrauben raus und hier auch. Machen wir diese Dinge weg. Und einfach so, die ist komplett raus. Und gut, können Sie anschauen, ist schon fertig. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.